Du hast es nicht geschafft, du hast es nicht geschafft, ich hab's gelöst. Ich werd hier gerade misshandelt. You lose, you lose, du hast es nicht geschafft, du bist nicht besser, du bist nicht besser, du bist nicht besser, du bist nicht besser. Ey, Junge, kommen Sie bald wieder nach Hause. Das hört sich an, wie so ein Türknitschen würde, ne? Dann mach ich das mal am Mittag. Wo kann ich das Haus kaufen? Du gehst einfach davor und dann kannst du die Häuser kaufen. Da steht dann immer so ein S. Ach so. Aber du kannst es auch über Dynastie oder wie im Internet da. Können wir das dann auch so machen, dass wir da zusammen hinlaufen? Ja, klar. Dann schließe ich das normale Headset an. Dieses Clip-Teil mach ich mir hier auf die Brille drauf, Alter. Ne? Dann hängt das Ding hier so in der Mitte. Hier oben irgendwo. Vielleicht kann man dann besser. Können wir mal ausprobieren morgen. Dann hängt das Ding hier an. Dann hängt das Ding an. Da heisst. Mein Schatz. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. Ich nehme mich zu. Ich bin ein Zurich zu. Ich glaube einfach nicht. Ach, leck mich doch an die Füße, Mann. Ach, leck mich doch an die Füße, Mann. Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry, I'll let you know what it's worth, and come by to pick it up as soon as I can. I like my meat with some age on it anyway. I don't know how to do it, but it's here, you can see. Guck da. Boah, er hat's geschafft. Er ist der Maker. Der Maker, der Faker. Die Kabel ist voll geil. Ich dachte, das wäre ein richtig geiles Ding hier. Heißt ja, Leute. Und damit würde ich sagen, mit dem Stunt hier oder was auch immer das gewesen sein soll. Ein Versuch, irgendwas zu machen. Es hat nicht funktioniert und es wird auch nicht mehr funktionieren, aber... Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, kill the build.